The Power of the Darkseid TimePube Runde 2 Viel Spaß Ist schon wieder da oder? Yo los geht's Denk gerade du wolltest Feuerpfeil bauen Auf geht's los geht's Drei Tage Nee ich gehe jetzt in den Loot Drop looten und versuche einen roten Knüppel irgendwo zu kriegen Warte bringt doch nichts Warum? Dadurch habe ich verteidigt Ja da fällt es aber zu lange aus Ja aber wie gesagt das ganze Zeug wird dir alles an die Base gebracht Das musst du dann nur noch looten Jo Du bringst dir alles rein Ja gut Aber da eine Crafted Feuerpfeile schlägt alles in der rechten Chemiebench Jetzt macht das einer und die anderen sieben gehen raiden Ja wir sollten gucken dass wir direkt am Anfang raiden solange bei Anfangs los ist So welche Base? Backhater Ja du du wolltest ja einen Port setzen Genau ich setze sofort einen Porte bald Oooooooooooo Was ist? A Kackzüger A Kackzüger Achso ich bin auch nicht ganz klar Los. Was hat er gemacht? Slow-mo. Ist schon wieder weg, ist schon wieder weg. Je mehr Slow-mo, desto besser, dann komme ich schneller rauf. So, ich crafte auch noch Arrows. Ja, ich habe Arschensfeuer. Ist es eigentlich besser, eben Fabricated Boge, oder? Kompon-Bau, weil du viel, viel schneller schießen kannst. Nehme ich mir jetzt einen mit. Du kannst halt die verschiedenen Tiere viel schneller anzünden. Die Ente ist brennend abgestürzt. Okay. Beade. Ach leid. Er ist dann in die Felsche, ich bin rausgerannt. Ich nehme mir mal vorsicht, teilweise. Willst du mir knüppeln? Der Porter ist schon los? Ja, ich bin schon dabei. Ich muss jetzt erstmal wieder den Terrorbird finden. Ach, hier stand er genau. Ich wette, die stehen in sind wieder bei uns. Ja, deswegen sind wir schneller. Danke für deine Euphorie, mach dich bereit für die Wait. Bin ich schon. Was macht der Terrorbird on the base? Ja, ich bin dabei loszugrennen. Ich sehe dich nicht drinnen. Ich pack halt zwischen den ganzen Dienern hin und her. Du hast gesagt, du bist schon los. Ich schreib es. Wie viel C4 sollt man mitnehmen? 10. Scheiße, ich hab mir C4. Ich hab mir C4. Stegoreiter 20 Scheiße, ich hab mir C4. 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 mit müssen sie mehr sachen ausschalten so schafft man es aber nur einer zu retten warum damit hat alles verlieren darf ich aufs geschütz das ist ein ja und was willst du mit 4000 ab hier noch zusätzlich denken ich hab's nicht mehr aus desto mehr zu viel können wir gleichzeitig setzen als so schnell als die base da ich bin der para es ist einfach nur ersatzweise dabei ich habe jetzt 20 auf dem stil dabei moment noch und wir noch ein bisschen was ans darf haben wir den diplo wieder mit der bei jesus alle stegos hat er gesagt keine kleinen tiere die diesmal gleich weg locker auch nicht das schweinchen das schweinchen brauchen wir später für den def das bleibt auch hier aber junge wenn dieser hirsch nicht bald hier weg wandert da schieße ich irgendwann weg jedes mal neu umbauen so wo haben wir c4 weiter fabricator von links bist du schon wieder hier ja ist der teleport raus ja dass er mitgeportet wird ich habe den er sogar ein ganz stück abseits gestellt dass er vielleicht überlebt wenn wir komplett er steht da unten ok ja geht er besser als alle bereit ja habt ihr zeug schon im diplo im paraseeren aus meiner rückwärts laufen so da wo ich hin gucke stehe kurz vor alle anderen bleiben stehen ich muss noch nach oben ich weiß halt wo ich hin muss ja deswegen ja ein beton hätte drehung ja lauf ich lauf dir hinterher nein lass aus da zum roten paraseer ok achten polo sorry ich bin weg im ball und b du nimmst nicht ein c4 raus leute ich irgendjemand den porter mitnehmen und in den jetzt hängt ich doch auch wer hat denn der steg oder mit der blauen schuppe ich hab ihn ja du bist nicht vorne ja weil ich später geportet sind weil ich recht stehe bleibe die steg aus müssen vor wartet ich hab den besten steg mit dem meisten hp ja dann müssen die zwei die stecke die zwei müssen vor und die stecke in der mitte ist nur eine schweinwand zwei trümmer an der seite glasmetall mit jeweils wir müssen auf die andere seite wir müssen auf die andere seite sah Rudi wo hast du den tor vorne hingestellt wieso müssen wir auf die andere seite wurden entdeckt wir wurden entdeckt vor nicht warte vor wir können mit weiter warum müssen wir runter wir sind kommen voll das ist nicht euer ernst ach sah Rudi echt jetzt rumlaufen dann eben okay alles zurück in die bade das kommt zeit ich dachte es ist gespektiert worden so außerdem wissen sie jetzt bescheid ey nimm den steg mit pole nicht rumballern komm warum setzt ihr denn noch hier alles zurück in die base ist jetzt ein teleporter mach den bitte auf die richtige range wer hat den porter eingesammelt ich hab den hätte man nicht mehr laufen müssen ich denke das war jetzt ein fetter fail oder gut jemand setzt doch den porter hier schnell irgendwo hin fertig ich hab den porter ich hab bring auf dass die ersten schon weg sind ja mach wo gehörten dem gehörten das spartier los 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 ich brauch heute essen dann hättest du dir was raussuchen sollen haut den dumm baum hier wenn ich schnauze jetzt wo ist das ziel ich muss noch aufs parrasse ich muss noch aufs parrasse ja zuerst die steh du hast schon nicht gebrüllt warum schießen die turrets leute hinter uns ein kurde ein ding stegos vor hopp ein stego fehlt das ist doch der der rutsche ja mein gott mach mach mal's halt mit 3 hopp go jetzt hopp vor dem fiel ich muss hoch soll ich das fronttor aufschießen ja das ist ja klar er hat es hopp 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 schütze oder nö die schießen nicht schnell der schießt schon ja dann die sniper leute zurück schießen schießen vor grad aus die glände Tore rechts sichne rechts hopp auf ich seh ihn nicht ich mach tot ist offen vor stegos nächste nächste ding noch mehr ja auch mit raketenwerfer einfach mit raketenwerfer allein dann gehen mehrere kaputt ja geht mir aus dem weg ich seh nämlich nix jawoll weiter geht NEIN alter stopp ey was ist dann ey ich sag bleib ey alles die kriegs an zurück wo ist die base hinter hinter hopp weiter ok gut alles klar doch jetzt war's die base du aber die stegos vor pronto äh beton du ja ich weiß wenn man nicht den mund aufmacht wie wo was sorry ok bis die hochgekommen chrisen hopp feuer also 0 da ist noch irgendwas vor dem blieb durch ja dann warte warte spar munition zu eng hier zu eng hier komm sehr gut was war denn das jetzt mit der scheiße ich hab den scheiß direkt den Piller abgeschossen ich hab doch die Aufnahmen mein stego ist vielleicht down ich werde gleich eine Sprengung machen ja Sprengung oh oh so ersten Turrets sind weg unser stego auch warum schmeißt der nix big big structure wreckage ihr könnt euch hier hinten hin verstecken ohne das Turrets schießen wo hinter los machen sie kaputt direkt an der Tür direkt an der Tür direkt an der Tür kommt hierher zu mir generator hopp ja wo ist denn der nimm's raus schneller ich spreng ah hopp boah rein rein mit der Rakete in die Base rein ach oh wow ich wurde auch entschuldigung und das alle unseres deser die haben alle unseres deser die haben alle unseres deser kregs vor kregs vor kregs vor kregs vor kregs vor kregs vor wer hat mit der Rakete jetzt reingeschossen und drei Leute für uns gekillt das ist hier irgendwo nicht die pf irgendjemand von euch hat eine Rakete reingeschossen 430 gestorben ja weil ich war grad am reingehen und wollte c4 reinschmeißen und dann geb ihm im Moment hat's nen Schlag getan und ist alles hochgegangen ja ich kann's nicht gewesen sein ich bin tot ich hoffe wir sind mit dem Feuerfall die Turrets abzugnallen nein du hast auch noch nie gespielt ne ja ok plan Paratheia warum einer hinter uns hier irgendwo hinter uns hinter uns hinter uns Feuerfall da da ist ein Saber Reiter es sind doch so viele Turrets down ja aber nicht alle und den Generator haben wir auch nicht erwischt ja weil irgendjemand drei von uns gleichzeitig gekillt hat your tribe killed und dann drei Leute von uns haben wir irgendeine Ahnung wo in dieser Base der Keimtyp steht inzwischen wir sind ja eigentlich in der Mitte von dieser Base gewesen da war ja auch nichts also man konnte zumindest so weit reingucken als nächstes ist es in dem scheiß Steingebäude irgendwo am Rand der Base Achtung ich mach ein paar von den Pillern weg fangen wir an dich loot zuerst nur Silla ähm wo ist der Teleporter? jo macht einfach ein Schild zuhause und dann weiß ich nicht geht zurück geht zurück macht für jeden ein Schild zuhause dann rennen wir alle gleichzeitig mit dem Schild rein das ist ne Idee das schaffen wir das schaffen wir das sind nicht mehr so viele Turrets ich spawner erst in 2.10 ja ich hab 3 Minuten und dann einfach rein jeder einen Raketenwerfer mit 3 Schuss und dann einfach rein in die Base und alles kaputtschießen ja das war halt dumm wer hat jetzt die Rakete geschossen? keine Ahnung das ist wo ist er? wo ist er? ja vielleicht noch irgendeine Zivilladung also keine Ahnung hinterm Stein jetzt seh ich ihn nicht mehr ich sag mal hallo wo ist der Teleporter? weiß ich nicht hat den irgendwer aufgehoben ne da hinten ente da ist ein Saber da das ist er der kommt von dir ja da hin jawoll Raumfahrer aber ich überleg gerade wenn wir einen verbesserten Stegosatel hätten das wäre so krass opriert hammernett es muss so klappen ja es hat ja auch geklappt ich hab's gesehen ja es hat geklappt aber wenn wir uns gegenseitig killen ist halt useless der Teleporter zerstört war richtig dann renn nach hause ey ich muss auch einmal getroffen werden dann bin ich tot ja Jason dann steu ab ja alle nach hause hochheilen nein der Teleporter ist noch da komm spring Jason bring mich heim dann wissen sie wo der ist ach wow Equipups haben wir hier hin machen leg dich hier dafür du kannst nicht so respawnen wird abgesperrt laf hinter mich laf hinter mich seitlich links wird dabei der Teleporter geht an ähm laf noch nimm laf noch nimm nein bin nicht toll warum musste der auf die kleinste range gesetzt werden weil ich keine Augen gefeiert habe aber fahre ich nicht direkt vielleicht kann ich ihn erholen ich will vorher raus was na ich krieg den nicht was haltet ihr jetzt von der Idee mit dem Schild können wir versuchen die meisten Pippets waren weg doch jetzt raus äh Rex und ihr legt euch da alle drauf ins Sattel und ich reitere vor klappt nicht doch klappt schon aber äh denkt dran dass wir nur drei Reaktionen mitnehmen ihr müsst doch einfach ja ihr müsst doch einfach hab jetzt hab zack zack ich hab noch kein Schild wir brauchen keinen Teleporter wir rennen da jetzt ohnehin wir können so rüber laufen für die Flucht brauchen wir einen weil es wieder schieb gehen wird Hi dann lauft ihr auf der Rex zurück immer dieses Paisy Mist hop 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 mittlang wartet lass uns wieder bauen Pole wart auf die andere warte auf die andere Pole Pole warten 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 ich will bloß hier von den ganzen Schwänzen weg ach du willst von den ganzen alle unsere Betten haben Respawn Timer los los Imperium Bus bauen Bus bauen auf dem Rex auf auf los Alter und hinlegen dann seid ihr fast unsichtbar also legt euch echt mal hin irgendeiner glitscht hier rum Raumfahrer leg dich hin leg dich hin das kann ja nicht so lange er glitscht da da wenn jetzt wenn jetzt ist alles da ja ein was soll man mitnehmen die Karawane zu weiter ja genau jetzt habe ich eindeutig was verstanden Jungs kann noch einer einen Detonator an Rex legen ich habe nämlich auch noch 3 C4 ich habe keinen C4 und keinen Detonator ich habe keinen C4 und keinen Detonator ich schläge beides rein ich brauche nur ein Detonator ich brauche nur ein Detonator haltet alle eure Schilder nach oben ich komme wieder raus da wollt euch auch nach außen drehen also nach außen drehen und ein Schild halten Alter ich habe jetzt 2 C4 dabei wenn Dax uns jetzt zuguckt du musst am besten in den Diploma rein ja warte ich steig kurz ab und mach gefühlt so aber bei denen geht es mal ab aber bei denen geht es mal ab ich absteige oh fuck wir kennen uns so vielleicht kommst nicht hoch Quartatore tschüss ersparen jetzt jetzt kannst du naja ich will nicht absteigen nah auf war zu beantworten es ist nicht passiert es ist nicht passiert oh mein Gott sie ist passiert er reitet im Inlimit er ist wahnsinnig vor allem weil der gleiche Turret-Fahrer vorsteht plus 2 Turret-Brontos wenn die da noch stehen und ich die Schilder hinhoff uhr leckt das boah mir wird schlecht von den Lecks? nein von dem da rumgeruckelt wahrscheinlich Alter ist ja doch auf einem oder was? ja wir sitzen halt alle auf dem rechts aber keiner reitet ihn Pole passt auch dass wir da jetzt nicht schon ein dummer rein sind da vorne ist jemand ich schmeiß mal runter oder? oder? der fragt sich wahrscheinlich auch gerade siehst du ihn schon? nö Pole komm ich schmeiß mal vom Hang runter finde ich gut machen wir toll Ruhe jetzt Pole der Pole gibt Ansage alles andere ist ruhig wir müssen uns in der Tee hocken ne? oh Gott wir brennen Kinn hocken oh Gott wir brennen Aaaaahhhh einfach nicht nur hin oh die bauen gerade wieder zu schießt die Rakete einer Rakete schießen ja äh Impi schieß love you guns scheiß drauf oh ein Mensch ich bleib weg ihr machen das Raketen hier das ist dumm wir sollten jetzt rennen wirklich Achtung von hinten kommen Leute nur so als Randwild vor Generator down weiter so weiter so rein 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 Scheiß Winksturm Spino hinten in die Ecke einfach rein da habt noch irgendeine Rakete da rein schießen können das sind ja mehrere Generatoren ich hab nicht sicher an einen Generator gesetzt ich bin nur ohne Generator auf den Timetube alles andere ist egal äh der Dicke kommt also Rudi hat nicht gekillt aha weil du gesprengt hast wahrscheinlich ja ich hab direkt hinten in die Ecke geschossen Vorsicht oh scheiße oh scheiße die ganze Base ist weg das ist aus dem Timetube ich brenne ist die Base echt weg? Machen sie Timetube ja der Turm steht noch ja der Turm steht noch da muss noch einer an eine Rakete rein schießen dann ist der Turm auch weg offen bin ich sind die Turrets alle down? nein ich bin gleich tot ich bin gleich tot er klingt mit nem Rex irgendwie ich bin gleich tot oh fuck oh fuck ich werde zu dir ich bring den Rex raus wer rennt noch im Wasser Raumfahrer Rex kommt äh das Spinocke hat das tot äh da ist noch einer ich hab Rex wo ist der Typ? da schießt einer ja ich merk's machen's mit der Feuerpfeile ich bin äh knapp hinter deren Base ich komm aber nicht an die Turrets wie nur ist tot wir haben äh Notilla komm ja was komm rechts rum rechts rum rechts rum rechts rum vor lass schlappen die haben die haben neu gebaut wieso kommst du nicht durch? die haben den Generator ersetzt das sind die Turrets von der ganze Zeit au 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 fuck bin tot hab noch einen Schuss reingesetzt aber komm vor 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 scheiß auf die Tiere könnte irgendwer den Teleporter aus dem äh zweiten Bus ich schubst mich gleich ich wäre A geschubst ja ich überlebe das nicht keine Ahnung an was ich gestorben bin ich bin eigentlich ohne ich hab aufgeballert hat's kaputt? ist es drauf? nein fack fack ich hätte C4 gebraucht hätte ich jetzt alles weg machen können ich hab den Diplund mitten in die Base gestellt sodass man Deckung hat wenn auch wenn auch was sagen wir jetzt irgendwer sofort snipen Hardsch ist offen Siege in der Timecube Leute ist der Rex an der Base oder? der war an der Base von Denner ich seh nix ich hab was klatschen hören aber äh Diplos down ja einfach mal mit dem zweiten mit den anderen beiden die bloß noch mal rein reiten ja obwohl die haben ja ich weiß nicht die sind aber glaub ich nicht auf Leben gescabst die sind instant auf ja ist egal irgendwie ob er in die Base Raketenwerfer wie sieht's aus wo? sollte alles bereit liegen Raketenwerfer um 111-Watt-Tresor ich leg den Raketenwerfer zurecht und nimm du den Rüstung und den Schild was denn da aus einem anderen Diplo gerade alles Bugs wer denn? hier drei Sturmtruppen winken mal deswegen schließen die Troelzimmer deswegen schließen die Troelzimmer weil das Bugs war hier irgendwie du 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 wo? hier mitten in der Base kommt alle raus jetzt noch jetzt ein Diplo was genau machen wir jetzt? nochmal hier im im in und im 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017